hallo freunde heute eine neue folge von odyssey im auftrag des königs ja wir waren hier stehen geblieben vor diesem ja wieder vor so einem tempelchen so würde ich sagen und ich hatte noch wieder mal eine überraschung gehabt zum ende der letzten folge und zwar war da hinten aber ich muss mal eben noch mal wieder hier lustigerweise mal meinen ring anziehen diese ringe so damit ich das euch ganz schnell zeigen kann das hier hat nämlich im hintergrund diese fanghäuschrecke hat mich mal wieder ein bisschen genervt und damit wir hier ein bisschen weiter kommen nein nicht weiter kommen sondern ich möchte es ganz gerne hell haben wollte ich eigentlich mal eben schnell rüber gehen da wo die orks sind weil da gab es ja ein bettchen da gehen wir immer gehe ich mal eben hin und mal einstecken eben kurz schlafen bis sonnenaufgang und dann geht es wieder zurück zu diesem einem eingang da hinten oben links alle ecke dann haben wir auch ein bisschen was zu gucken ja und zwar was können wir denn hier noch alles absuchen da ist was auf den treppenstufen ja was ich nur kenne ist halt eben direkt auf den treppen treppen stufen gerade wenn man dann treppendienst hat nicht im nachbarhaus und die quatsch hier bei uns in der nachbarschaft da gibt es also hoch also auf jeden fall gibt es noch was an schatz zu holen schreiten da draußen so rum mein gott sind die heute und auch waldbären ja wie bin ich denn eigentlich im bilde ja eigentlich ganz gut reicht auch so finde ich ja da ist das schon der schatz stufe bin ich ja gestiegen sollte ich mal gucken wie viel haben wir denn jetzt 55 ok erstmal graben mit einem roundabout cam gucken was findest du ich glaube ich habe etwas gefunden drachenschuppen und drachenschuppen und mal gucken da ist er der drachenschuppen okay davon habe ich nur auch ein ja da werden wir mal die trufe öffnen ja da muss man wieder mal ein bisschen knacken kuh tun okay das waren ja nur vier fünf was haben wir denn hier nichts ungewöhnliches okay ich liebe die musik und die ruhige version davon was gibt es hier oben gibt es hier oben noch was da oben krabbelt was wieder so ein teil aber ich will erstmal hier reingehen abspeichern um zu sehen was hier ist okay und erst mal den wollen wir erst mal im schlaf mal so richtig überraschenden drachen drachen schatten drachenläufer was ist das das sieht doch aus wie ein schattenläufer aber warum 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 brennt denn seine sein hinterteil so nee es ist ein feuer teufel gott war ja ich sehe schon das wird nichts also ich habe mal angefangen wieder mal bei ihm zu ja mit einfach nur mit der katana anzugreifen und es klappte auch da ist nicht zu holen und ob das hier ob der angst spruch den ich vorher genommen habe irgendwie was damit zu tun hat weiß ich nicht also ich habe einfach erst mal so oft mal probiert wie kann ich den erledigen und das ging wohl irgendwie jetzt zum zweiten mal okay das war der feuer teufel nicht zu holen jetzt habe ich gar nicht geguckt was man bei dem holen konnte oder aha muss ich im schnitt gucken okay beim feuer teufel gibt es feuer wo feuerregen auch noch sehr schön na klar was gibt es noch sonst anderes zu erwarten als beim feuer teufel etwas feuriges zu finden außer nicht brennende sprüche die aber brennende wirkung haben immer noch ein bisschen was zu looten ja dann geht es gleich weiter hoch wir haben ja gesehen dass es da noch ein bisschen weiter hoch geht mal gucken was dann kommt vielleicht kommt noch ein wasserteufel oder wegenteufel ich weiß es nicht ups ja es ist gut dunkelpilz ist immer gut für mal ne also geht es hier mal ein bisschen hier ein bisschen forschen mhm okay geht es hier weiter hoch ich denke mal dass wir hier noch ein paar auf ein paar lustige geschichten treffen wie zum beispiel wieder so ein paar lustige grasshüpper ne da fanghäuschrecke okay und tschüss oh yeah mhm um zu stehen zu liegen nix war das alles jetzt bin ich aber enttäuscht hä kann ich doch nicht annehmen kann ich doch nicht annehmen dass es alles gewesen sein soll ja war es wohl das war es echt wohl und ich habe immer noch Hegon nicht gefunden ne Lu Hegon Lu Ma 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 Lu achso hm ein Titel von den Les Humphry Singers aus den 70ern Ma Ma Lu nur als Info ja hä wo ist denn jetzt habe ich was übersehen muss ich hier wieder hoch oder sowas ich muss mal sinnieren ne also da geht es irgendwie nicht weiter sowas beklopptes jetzt aber auch ja da muss ich mal weiter durch den Sumpf zoomen bis ich einen Lu finde weil ich nehme an dass der da irgendwo ist ich melde mich wieder wenn ich eine gefunden habe und hier alles akribisch durchgecampt habe ja also ähm ein bisschen weiter gewandert und mir ist aufgefallen dass wenn hier irgendwo gleich die Treppen kommen ja und zwar war ich in dieser Gegend hier noch gar nicht und hier und zwar nämlich Moment 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 ich hätte nämlich in einer Folge was entdeckt und zwar hier wo da steht ja hier ist eine Sumpfrate zum Beispiel hier zum Beispiel wieder was Neues eine Waldbeere ist es nicht aber auch hier ein bisschen was zu finden und äh ja da hinten ist was Zeher Sumpfgulem genau die Teile meine ich diese Zeher Sumpfgulems die habe ich nämlich noch völlig außer Acht gelassen und das wird jetzt echt übel werden wie wir die jetzt gleich irgendwie zäh ist vernichten was nein kein wichtiges Paket mehr das haben wir ja gekriegt ja dann werde ich mal speichern und mich mal vorbereiten ok wir haben die Sumpfgulem Rüstung angezogen wir haben vergessen hier ein Blauflieder aber der wird wahrscheinlich wieder zu aufzulesen sein mein Gott da ist er da ist er wenn mich der Sumpfgulem nach ihr da ist er noch ein Blauflieder da gewesen ja hahaha man hau doch nicht so bekloppt drauf ja ja ist gut super klasse das wird doch wieder nichts kriegen zehn Sumpfgulem kaputt ich meine wenn ich denn hier gleich den hier und viele Blätter nerven das ist doch Mist ne das wäre so nichts ich brauche was Stümpferes da war was ja hahaha gucken wir mal mit dem Inquisitor hatte ich es ja schon mal aber das dauert mir zu lange aber was ich noch nicht ausprobiert habe ist der Sturmknecht dann gucken wir doch mal und sicherheitshalber mal wieder hier die Geschwindigkeitsring auf und ab und speichern ne dann gucken wir mal was der bringt da ist er schon na schön ne du sollst mal hinterm Baum damit ich die gegen den Baum drücken kann wo ist er denn jetzt hin ok ah da ist er ok oi das Ding hat aber Wumms ah ja auch wumms ah das ist ein schweres Teil ist das aber das klappt Sturmknecht hau ihn jetzt mal kaputt 130 wunderbar oh Gott war das jetzt eben Gift das er versputzt hat weiß ich nicht Essen das war ja schon mal eine klasse Sache also dieser dieser Sumpfgolem lässt sich mit dem Inquisitor wunderbar kaputt brezeln aber es gibt dann irgendwo noch einen irgendwo in der Nähe muss doch noch einer sein mal gucken wir mal in dem ach da hinten also ich sehne schon es sind nämlich noch zwei ok au au CR Sumpfgolem golem 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 so los komm her na kommt er schon erstmal hier aus dem Wasser aus dem sumpfigen Wasser auslocken und dann mal gucken oh oh wieso klappt das jetzt nicht wieso klappt das jetzt nicht wieso ist der noch zäher so ja so ja ja kann doch mal ah dann ja das hat ja eigentlich ach man nicht auf dem Bucher hauen ok den haben wir jetzt auch den zweiten haben wir auch dann gucken wir mal wie das mit dem dritten ist da ist er guck guck her komm der ist auch so zäh ach man achso oh das war ein Glückstreff los ach gatsch desi mensch jetzt heißt es Auge um Auge Kampf um Zahn Zahn um Auge Backe hinhalten nicht die Po Backe sondern die Gesichts Backe das war aber knapp ja immer wieder mich ein bisschen aufgetankt und abgespeichert mal gucken was es hier noch so alles in der Gegend gibt bei den Summ Golemies Golemi und Golema Golems Golems ja ok hier ist nichts mehr dann ähm gehen wir mal hier gucken auf der gegenüber da an dem dicken fetten Baumstamm gibt es ein Mana Elixier hahaha schön schwierig heranzukommen weil man hier durch warten muss da ist nix mehr meine Männer ich bin immer noch auf der Suche nach Lou oh man ist er ja hier irgendwo in der Nähe also auf den toten Lou eventuell ist er kaputt man weiß es nicht das hat nur dieser Hinweisbrief gezeigt ist nichts drin und äh man gib mir Lou da ist nix zu holen also dass er hier irgendwo ist ja den hatte ich da schon genau richtig da ist nix zu holen also erstmal scouten was wir hier noch alles finden werden eine Sumpfratte ach super da werden wir mal gleich wieder umrüsten zack und äh die Geschichte sonst sonst werden wir gegen die Sumpfratte verlieren so da auch nicht ah nur diese Beeren ich stolper immer über diese Beeren und ein bisschen Krauten aber Dunkelpilz wo zum Geier ist der Lou hm das wird immer unruhig dringlicher hier an der Stelle wo war denn die Sumpfratte ach da okay dann gehen wir mal auf die mal zu so Batsch da ist nicht zu holen wir gucken uns mal hier dieses Areal an welches nur mit Beeren gepflastert ist oder verpflanzt ist und mit Heilkraut ähm äh so weitermachen komm Ränder ein reine Änderung reine Ränderung aha hier war ich schon kann ich mich erinnern ähm ich erinnere mich auch mal an was ja das kommt vor so wenn ich hier den Lou nicht finden sollte dann weiß ich nicht weiter dann bin ich auf eure Kommentare angewiesen dass er vielleicht gar nicht im Sumpf steckt und das ganze nur eine Vermutung war von dem ähm Snap das muss ich dann an der Stelle auch mal vermuten und äh so was ja Feuerkräutchen ich meine ich bin eigentlich einer der immer alles ziemlich gut durch durchwühlt aber die Ratte wieder auch mal versuch wirklich fast jede Stelle in Gothic Games abzugraben aber perfekt klappt das nicht immer nö oh Essenz der Heilung Dunkelpilzen Feuernessel noch irgendwie eine Leiche eventuell hier am Baum ja 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 nö ich bin echt ich will jetzt nicht demotiviert werden muss doch hier irgendwo eine Lou liegen ne ich bin noch nicht so gut wie durch ja ja das war das tja ich werde mal wieder mal skippen also nicht den Charakter sondern hier mal weiter vorauseilend im off ein weitersuchen nach Lou und wenn ich ihn gefunden habe ihr wisst ja Bescheid jetzt bin ich hier an der Stelle angekommen wo ich ja schon mal war also wo ich schon mal hier ausgegraben habe es war genau da und bei dem anderen Kreuz habe ich auch schon ausgegraben desto weiß ich auch dass ich die Drohie geknackt habe ich verstehe es nicht wo ist der Lou jetzt bin ich nämlich ihr habt ja eben auf der Karte gesehen dass ich weiter hochgekraxelt bin ich habe mich gewundert warum hier so viele Beeren und Pflanzen sind ähm und war auch echt ups jetzt ist aber hier was anderes war auch echt wirklich baff so von wegen ja Moment mal diese Stelle die hast du doch gar nicht untersucht die Stelle die es sieht neu aus weil immer wieder was Neues kommt auch das ist für mich oder ich habe es tatsächlich noch nicht bis hier hin alles fertig gelootet aber die Sumpf Golems die waren ja die waren ja so weit weg dass ich sie eigentlich schon in der einigen in der anderen Folge schon hier schwebende Heilwurzel wieder in der anderen Folge schon gesehen habe und gemieden habe so meine ich das jetzt aber trotzdem unheimlich viele das ist viel zu verdächtig hier das ganze ich habe es bestimmt ignoriert hier diesen Teil oder mal auch gar nicht ähm näher untersucht also trotzdem weil dieser Sumpf auch ziemlich wüst ist ne nicht hängen bleiben hä da war ich ja da war ich ja ich werde mal hier in diese Richtung weiter gehen und äh wieder ein bisschen Sachen aufsammeln und dann springe ich mal wieder dahin wenn was interessantes ist oder wenn ich endlich den Lu gefunden habe so jetzt befinde ich mich hier hier gibt es nämlich eine Ecke da war ich nämlich noch nicht da haben mich plötzlich irgendwelche wilden Bienen ähm also hier Blutfliegen überrascht und ich habe von hier oben aus noch ein paar Sumpfhaie sehen können da seht ihr die äh mal gucken und zwar eins zwei das heißt dieses Areal haben wir noch nicht äh zerstören ja jede Menge ich wüsste wie ich das mache ne ja ein paar habe ich schon erledigt und rechts von mir da gibt es wieder ein paar Angriffe mal gucken oh und zwar die Teile hier okay das hat nämlich auch ein bisschen was gekostet aber eben noch erwischt so jetzt gehen wir erstmal wieder ruhig was essen und speichern und dann lunzen wir nochmal um die Ecke was es hier gibt auch so ein paar Waldbären mhm erstmal ein bisschen scouten das hier diese komische Bank diese Sandbank gucken wir mal auf der Karte ja ja das ist sie die hier so als Sandbank aussieht ähm ja ähm äh äh warte mal vielleicht ja das mal nicht angezeigt werden sollte dann einfach mal die Waffe wieder ziehen und äh einstecken äh dann funktioniert es auch wieder mit dem Feldknöterig he 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 nein funktioniert es auch wieder mit dem Scouten Looten Scouten Looten Looten Scouten ja ich bin gespannt ich habe da nämlich noch Zehe Moment mal auf welcher Seite sind wir jetzt da wieder hier sind noch Sumpfgas Drohnen und noch Zehe Ghoulis habe ich gesehen Zehe Waldgolems jetzt glaube ich hier ach da ist was gewesen was hier zu looten ist und darum bin ich hängen geblieben an dieser Heilwurzel ok schauen wir gleich weiter jetzt befinde ich mich vor diesem Inselchen und äh schauen wir mal was wir da zu finden kriegen Zehe so ja genau da sind sie wieder nämlich haha und äh was haben wir noch eine Sumpfgas Drohne die ist aber sehr weit entfernt ok dann werde ich mich wieder umziehen und dann jetzt wieder hier kloppe jipp dann schauen wir doch mal ja ist ja gut ihr Feuernesseln also ich werde das später machen erstmal mich hier auf die Dings konzentrieren nein gucken ja ich kann wieder rennen oder ich kann das ist ja lustig was haben wir denn hier so da bin ich mal gespannt ob ich den hinkriege das könnte klappen ok mit ein bisschen Geschick und Taktik haut er ab was ist denn das hier schwerer Fisch was ist schwerer Fisch ich muss im Schnitt gucken oder gleich mal im Auf gucken hier nicht dass da wieder so ein zugenähter Fisch ist kann nämlich auch sein ach ja auf jeden Fall erstmal wieder abspeichern und was gegessen haben ja dann haben wir da hinten nämlich noch ein Sumpfigolemi jetzt aber weiter weg und eine Sumpfgas Drohne habe ich auch noch entdeckt so dann wollen wir uns mal ein bisschen hier näher ran wagen wo ist denn der zweite ach was weiß ich nachher 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 da ist er aha also ich mach das ganze Mann ich hab voll Blatt vom Kopf so ach du liebe es kommt auch keiner an das würde ich nicht schaffen was ist denn jetzt zu tun weg ja toll die kaputt der eine ist noch gar nicht verletzt und der andere ist verletzt so und ich bin noch mehr verletzte als der verletzte also weg so jetzt habe ich den einen Sumpfgolem äh gut weg machen können jetzt bleibt nämlich nur noch einer übrig das ist er hier und den werden wir auch mal hier lecker an den Felsen drücken und mit dem dicken Knüppel aus dem Sack naja äh aha es ist noch nicht so einfach die Serienschläge zu ach das hier ein Schelf hier ein paar Crits konnte ich setzen aber nicht viele sehr schön immer wenn er anfängt auszuholen dann kann ich ihn unter die Achseln schlagen da ist ja ein besonderer Wunderpunkt oh Gott jetzt habe ich auch noch so eine da bleibst du auch los geh kaputt ah tolle Nummer gut Sumpfgas drohen ist auch erledigt habe ich den dich eigentlich schon ja dich hab oder nicht zu bündern ja hab ich schon gut okay dann werde ich mal wieder essen und sowas äh erliegt was Mana Extrakt Extrakter Heilung bewirkt sich verbirgt sich denn hinter dem Baum noch was außer Feuernesseln mal gucken da hinten ist eine Höhle ach war ich da schon also hier verbirgt sich kein anderes Mönsterchen da 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 alles mal wieder absuchen hier bis zur Höhle aber ich meine die sieht ja so ähnlich aus wie wie die in der ich schon war wo ich diesen Feuerheimster ne das sieht anders aus das sieht anders aus hohohoho speichern und umgezogen hier ist nämlich ein Kochtopf und ein bisschen Fleisch buddelbuddel so den kann man nichts machen ein Dunkelpilz ich hoffe dass jetzt sich da hinten der Lou versteckt ich fühle mich nach dem Zufluchtsort aus aber immer noch kein Lou ach Leute auch jetzt wirklich meiner Meinung nach den ganzen Sumpf durch Menno ok Truhe knacken wahrscheinlich ja ok 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 toll Schwefel und Fisch ach apropos Fisch vielleicht soll ich mal den schweren Fisch angucken im Off erstmal und dann blende ich es ein da ist er schon irgendwas ist in diesem Fisch versteckt 50 Kocht ok ok was haben wir da noch hier Schwarzpulver und ein Honig-Tabak hä hä so sonst war es war es das hier wohl gewesen was ich bin echt ich bin verzweifelt wo ist Lou immer noch kein Lou wo bist du Karte gucken ja den Weg habe ich jetzt rum ich habe eigentlich alle alles rum versuche ich nochmal hier zu gucken ob es hier noch weiter geht also ein bisschen hier Zeug Raminütchen haben wir ja noch was ist das ok das ist nichts besonderes aber ich sehe das kommen dass wir hier ja hier schon wieder angelangt waren naja genau richtig genau hier war der Stuhl ich melde mich wieder falls ich wieder was besseres gefunden habe ja jetzt wurde ich plötzlich von einem wieder von so einem Golem überrascht oh Mensch hau ab hau ab aus dem Baum da ist er da ist er da ist er da ist er ein paar Kritz gesetzt Mist ich versuche irgendwann abzupassen wenn er rausholt oh mein Gott oh mein Gott nur noch einen kleinen das ist immer das ist eine spannende Sache immer hier so gleich nochmal weitergucken ob es hier noch weil hier ist nämlich die andere Insel der ich glaube ich bin. Okay, hier ist nichts mehr. Also hier diese... Nee, das ist... Hä? Warte mal, bin ich wahrscheinlich zu... Hä? Wo bleibe ich denn wieder hängen? Ach so, an dieser schwebenden Heilwurzel. Mann, da hinten war das. Herr, jemine. Genau, ich bin ja hier rausgekommen. Mal gucken. Mal Pfeil und Bogen zücken, um zu gucken, ob... Das ist ja auch viel zu dicht. Hä? Ich wollte doch wieder auf die Insel. Ja, auf... Auf dieser hier. Aber das kenne ich doch schon. Nee. Kenne ich das? Truhe, sag mir mal was. Ach so. Hat ein goldener Ring? Ich weiß, dass neben Natur auch ein goldener Ring lag, aber... Irgendwie ist das jetzt hier echt für mich ein bisschen vertrackt. Ich weiß, ich kenne das hier. Ich habe hier mit den Orks gekämpft. Okay. Also liebe Leute, ich muss leider jetzt an dieser Stelle wirklich mal wieder Schluss machen. Ich hoffe, es ist nicht zu früh Schluss gemacht, aber bis ich diesen Lou gefunden habe, naja, ich muss ja noch zwei Folgen drehen. Dann muss ich zusehen, wie ich das dann mache, äh, thementechnisch. Ja, äh, herzlichen Dank für euer Zusehen und, äh, schreibt natürlich Kommentare und gebt einen Daumen. Tja, und ansonsten muss ich weiter gucken. Ciao. Quatsch, 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 Qu Vielen Dank.